Unsere Demonstration endet heute in der Nähe der Arena Treptow, wo wir den Berliner Immobilienkongress nochmal richtig auf die Pelle rücken mit einer großen Abschlusskundgebung und einem super Programm. An vielen Orten dreht sich die Berliner Mietpreisspirale und die Berliner Immobilienmesse ist einer davon. Hier kommen Immobilienkonzerne, Finanzdienstleister, Bauunternehmen und Anwaltskanzleien zusammen und bieten Dienstleistungen rund um den Kauf von Wohnungen und Häusern an. Die Messe profiliert sich als Anlaufpunkt für Häuslebauer. Grundlegende Kenntnisse für den Erwerb von Immobilien sollen vermittelt werden. Zielgruppe der Messe sind Menschen, die angeblich nicht primär nach Profit streben, sondern nur in ihrer eigenen Wohnung leben wollen oder diese als finanzielle Absicherung erwerben möchten. Doch dieser Weg, den immer weiter steigenden Mieten zu entkommen, ist nicht für alle und nur für sehr wenige bezahlbar. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in dieser Stadt kann sich kein Wohneigentum und schon gar keine Immobilie als Altersvorsorge leisten. In unseren Kiezen ist die Verdrängung in vollem Gange. Viele der Aussteller auf der Berliner Immobilienmesse sind Akteure dieser Verdrängung. Durch ihr Handeln können sich immer weniger Menschen ihre Wohnung leisten. Mieten steigen immer weiter. Menschen werden mithilfe von Staat und Polizei aus ihren Wohnungen geklagt und falls sie Widerstand leisten, auch zwangsgeräumt. Einer der Aussteller ist die Accentro Real Estate AG, die sich selbst als marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland beschreibt. Worauf diese Aktiengesellschaft hinarbeitet, zeigt sich gerade in der Torstraße 225-227 in Berlin-Mitte. Dieser Häuserkomplex wurde im Sommer 2017 von Accentro gekauft. Berichten eines Mieters zufolge stehen fast 40% der Wohnungen leer. Accentro plant Luxussanierungen und den Einzelverkauf der Wohnungen als Apartments im Luxussegment. Eine MieterInnen-Initiative, die dieses Vorgehen im Februar diesen Jahres kritisierte, wurde von Accentro mit Unterlassungsklagen bedacht. Und während Accentro an 13 Standorten in Berlin Wohnungen als Kapitalanlage bewirbt, bieten sie an nur vier Standorten Wohnungen an, die tatsächlich zum Selbstbezug gedacht sind. Es wäre jedoch zu kurz gegriffen, hier nur die Aussteller dieser Messe zu kritisieren. Sie sind zwar Akteure der Verdrängung, aber nicht die Erfinder der kapitalistischen Logik, die Wohnraum zu einer Ware macht. Das Recht von Menschen, weiter in ihren Wohnungen und Kiezen leben zu können, wird von der Politik und von den Gerichten geringer gewertet, als das Bedürfnis jener, die ihr Kapital vermehren. Solange sich daran nichts grundlegend ändert, werden die Mieten weiter steigen. Solange Profitinteressen über dem Recht auf Wohnraum stehen, werden Menschen immer wieder aus ihren Wohnungen und Kiezen verdrängt werden. Die Eröffnungsrede der Immobilienmesse wird gemeinsam von der Bausenatorin Katrin Lomscher und der Geschäftsführerin der BfW Berlin gehalten, einer Lobbyorganisation für Immobilieneigentümer. Fast 90% der BerlinerInnen leben zur Miete. Es wäre die Aufgabe der Politik, diese Vorverdrängung zu schützen. Stattdessen kollaborieren die PolitikerInnen mit den Akteuren der Mietenexplosion. Auch nach zweieinhalb Jahren Rot-Rot-Grün steigen die Mieten in absurde Höhen, werden Menschen immer noch verdrängt, werden immer noch zwangsgeräumt. Weder die InvestorInnen noch die Politik werden versuchen, die von ihnen versuchten Probleme zu lösen, wenn wir sie nicht dazu zwingen. Deshalb müssen wir selber dafür kämpfen, dass unsere Städte wieder uns gehören. Den Menschen, die in ihnen leben und sie zu dem machen, was sie sind. Danke. Vielen Dank an das Mietenwahnsinnbündnis für den ersten Redebeitrag.